Hallo liebe Fans des Regensburger Weihnachtssingern, hier ist euer Armin Wolf. Wir organisieren ja das Regensburger Weihnachtssingern am 18. Dezember ab 17 Uhr in der Regensburger Donauarena. Heute gab es im Fürstlichen Schloss eine große Pressekonferenz dazu. Die schlechte Nachricht, wir können keine Zuschauer zulassen, wir wissen nicht wie sich die Lage entwickelt, wir wissen nicht wie sich die Gesetzeslage entwickelt und wir wollen auf alle Fälle nicht, dass vor uns, vor der Bühne Menschen sitzen, die dann in eine Maske hineinsingen müssen, das gefällt uns nicht. Also haben wir gesagt, wir schwenken um, wir bereiten eine richtige Fernsehshow vor am 18. Dezember ab 17 Uhr live auf TVA und im Internet. Und das Beste, es wird eine Spendenhotline geben, denn wir wollen ja Geld zusammenbringen für das Haus Hummelberg.